Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak-Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janix, Faye ist wie immer mit dabei und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Die beiden Jungs haben sich ein unfassbares Imperium aufgebaut, beziehungsweise sind Teil eines unfassbaren Imperiums. Da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Beide sind Produzenten, Samplemaker, Engineers und noch so viele andere Dinge. Marketing-Genies, möchte ich sagen. Wir haben heute Tobi und Max aka ApeTunes am Start. Wie geht's euch? Guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Guten Tag. Hi, hi. Sehr gut. Sehr, sehr gerne. Freut uns sehr, dass ihr da seid. Lass uns einmal ein bisschen zurück an den Anfang gehen. Das ist ja jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ihr irgendwie in so einem längeren Interview sitzt. Wie hat das mit ApeTunes alles angefangen? Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Da muss ich ein bisschen ausholen. Weil also hier das Studio und die Firma, das gibt es schon seit 2012, habe ich mit meinem Kollegen Sebastian gegründet. Also die Firma heißt Media Apes GmbH. Der gehört das Studio. Und wir haben eben als klassisches Produktionsstudio angefangen. Und haben auch viele Sachen fürs Radio gemacht. Und über die Jahre dann immer wieder immer mehr Musik gemacht. Und vor, sind es schon vier Jahre, Max? Was, ich weiß nicht, was du damit jetzt sagen willst. Wo du mit dem Praktikum zu uns gekommen bist. Das ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her. Das war im Oktober 2019, ja. Genau. Ist er als Praktikant hierher gekommen. Und ist einfach nicht mehr gegangen. Und ist dann nicht mehr hergekommen. Nee, und war auch schon von Anfang an total talentiert, was das Produzieren angeht. Und ist dann einfach wie selbstverständlich in die ganzen Produktionen mit hier reingegangen. Und seitdem ist er ein fester Teil. Auf jeden Fall. Sehr gut. Was passierte denn vor dieser Gründung? Also es gab jetzt dieses Jahr 2012. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dazu entschieden hast, die ganze Sache aufzumachen mit deinem damaligen Kollegen? Und ist der damalige Kollege heute immer noch mit Teil des Teams? Oder wo ist er hin? Jaja, genau. Sebastian und ich, wir sind Gesellschafter und Geschäftsführer. Aber er hat mehr so auch viele Admin-Themen und ganz viele Konzeptgeschichten. Also wir sind sehr breit aufgestellt und haben ganz verschiedene Geschäftsfelder und haben uns das einfach ein bisschen aufgeteilt. Und man kann sagen, Max und ich sind eigentlich hauptverantwortlich für alle Produktionen. Und Sebastian und Nugin, der auch bei uns ist, die sind ganz viel in anderen Themengebieten unterwegs. Wir haben zum Beispiel ein eigenes 3D-Audio-System. Da gibt es sehr viele spannende Themen, wo wir halt auch viel im 3D-Content-Bereich machen. Aber Max und ich kümmern uns eben hauptsächlich um die Produktion. Und bevor wir das Ganze gegründet haben, habe ich an der SAE in Köln mal Audio-Engineering-Diplom gemacht und danach erstmal in verschiedenen Studios Praktika gemacht und geguckt, wo man unterkommen kann. Und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, ein längeres Praktikum bei einem großen Radiosender in Mannheim zu machen. Ich bin dann dort quasi in einem Volontariat angekommen und in der Zeit habe ich eben meinen Kollegen Sebastian getroffen und da ist auch die Idee entstanden, okay, wir müssen irgendwie was zusammen machen mit Studio und Musik. Und die Planung ging dann eigentlich relativ schnell und dann haben wir im Mai 2012 die Firma direkt als GmbH gegründet und dann haben wir acht Monate lang gebaut. Also wir haben hier einen großen Raum angemietet, da war früher ein Drumladen drin, also die haben Drums und Amps verkauft und es war einfach ein großer Raum und dann hat uns eine schöne Firma, die so Rigips und so Sachen herstellt, 15 Tonnen Material vor die Tür gestellt und dann haben wir acht Monate gebaut und dann kam eben dieses Studio hier raus. Und genau, dann in den Anfängen war es eben sehr viel Auftragsarbeit, eben viel fürs Radio, konnte dann den Radiosender eben auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit Sebastian als Kunden mitziehen, dass man schon mal so einen Startkunden hatte. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt für uns. Und ja, als das Ganze dann mal angelaufen war, konnten wir uns auch wieder mehr auf die Arbeit mit Künstlern fokussieren, waren dann zwischendrin, weil wir selbst auch einen Verlag haben, Co-Verlag mit BMG. Und ja, so ist das alles über die Jahre gewachsen, um mal so einen groben Ausdruck zu geben. Ja, total. Du hast jetzt schon so super, super vieles angesprochen, was ihr irgendwie so parallel macht. Ich finde das unfassbar. Also als ich bei euch auf der Website geschaut habe, was da alles dranhängt mit Verlag und irgendwie vier verschiedene Subkategorien für verschiedene Genres und so. Also da habt ihr Marketingmäßig auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Aber nochmal zurück auf diese Gründung. Also ich glaube, das steht für viele Leute ja im Raum, sich irgendwie selbstständig zu machen. Bei euch war es ja jetzt natürlich auch kombiniert mit einem riesen Investment, was ihr erstmal machen musstet an Materialien und irgendwie diesen Raum erstmal vernünftig aufbauen. Da wird ja einiges an Kohle auch reingeflossen sein. Wie hat sich diese Zeit angefühlt? Also war das für dich so ein unsicheres Ding? Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht? Oder bist du total selbstbewusst schon da reingegangen? Natürlich ist immer so ein bisschen, na Zweifel ist das falsche Wort, aber man denkt schon drüber nach, macht man hier das Richtige. Aber da wir von Anfang an das Studio so geplant haben, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns wirklich erstmal auf das, was wirklich nötig ist, damit wir gut arbeiten können. Und nicht, wir brauchen jetzt sofort alles mögliche an Outboard, damit wir hier rumpausen können. Und nee, wir haben uns Gedanken gemacht, was brauchen wir? Wir wussten, das Wichtigste wird die Akustik sein. Da haben wir tatsächlich auch nicht gespart und haben, bevor wir die ersten Wände gestellt haben, mit einem Akustiker in Hamburg geredet, der uns die Räume dann berechnet und die ganzen Module eben dafür berechnet hat und hat bauen lassen. Und haben uns, genau, beim Equipment beschränkt auf einen guten Rechner, gute Preamps und Plugins und alles andere kamen dann eben über die Zeit, wenn es wieder möglich war, wurde dann das nächste angeschafft, um dann eben langsam zu wachsen und nicht mit einem riesen Schuldenberg in eine Firma zu starten und dass man überhaupt noch die Möglichkeit hat zu wachsen. Jetzt haben wir hier die ganze Gründungsgeschichte einmal mitbekommen, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es gut, dass wir Max auch noch mit dabei haben. Max, du hast das Ganze ja dann ein bisschen später dann wahrscheinlich kennengelernt. Und wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden und was waren deine ersten Eindrücke damals, als du in das ganze Ding reingekommen bist? Also, ich fange mal mit einem Funfact an. Tobi hat ja vorhin erzählt, hier im Studio war davor ein Drumgeschäft. Ich bin Schlagzeuger, ursprünglich gewesen, nicht mehr so aktiv. Genau, und witzigerweise habe ich mein allererstes Schlagzeug, was ich jemals besessen habe, genau in diesem Laden gekauft. Und auch dann quasi über dieses Schlagzeugding habe ich Tim kennengelernt. Tim war auch damals Teil der Media Apes, also Teil der Firma. Das war mein Aushilfs-Schlagzeuglehrer damals. Also, wenn mein eigentlicher Schlagzeuglehrer nicht konnte, ist er eingesprungen. Und über ihn habe ich dann irgendwie erfahren, dass es da ein Studio in der Nähe gibt und habe dann einfach mal eine E-Mail an ihn geschrieben und habe gesagt, ey, ich bin gerade fertig mit dem Abi, kann ich nicht bei euch irgendwie mal reinschnuppern so, mich interessiert das. Ich habe davor mit FL so ab und zu mal mit einem Kumpel ein bisschen so Tropical House gemacht und so, aber eigentlich mehr Schlagzeug gespielt, als tatsächlich produziert. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, wie gesagt, 2019. Ja, und wie Tobi schon gesagt hat, bin ich dann einfach nicht mehr abgehauen. Aber ja, so die ersten Eindrücke waren natürlich erstmal so ein bisschen überrumpelnd, würde ich sagen. Also ich war davor, ich habe zwar schon mal ein Praktikum in einem Tonstudio gemacht, auch hier in der Ecke, aber das war jetzt nichts Vergleichbares. Das war eher so, ja, so ein bisschen Larifari, so, ja, komm, wir machen mal was, komm, wir nehmen mal was auf. Und hier war natürlich direkt Business. Und das war auf jeden Fall am Anfang sehr spannend, ist es immer noch. Genau, also es war einfach cool, da direkt irgendwie so offen behandelt zu werden. Und die Jungs haben mir auch immer gesagt, was ich verbessern kann und so. Dadurch habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt. Und ja, war auf jeden Fall geil. Und genau deswegen bin ich auch immer noch hier. Ja, sehr cool. Was ich jetzt spannend finde, so, Tobi, du hast gerade erzählt, dass du diese klassische Ausbildung hinter dir hast. Irgendwie das SAE-Diploma gemacht. Und magst du ja überhaupt gar nicht. Deswegen. Ich habe jetzt tatsächlich vor. Wie vielen haben wir heute? Wir haben heute den 21. Also ich habe genau vor einem Monat meine Bachelorarbeit an der SAE in Stuttgart abgegeben. Ah, okay. Also ich bin dann auch tatsächlich erst durch die Jungs quasi drauf gekommen, dass man das ja auch irgendwie dann schulisch noch machen kann. Und bin dann auch an die SAE gegangen und wie gesagt, jetzt vor genau einem Monat meine Bachelorarbeit abgegeben. Da warte ich jetzt sehnsüchtig auf die Ergebnisse. Genau. Und dann habe ich diesen professionellen Ausbildungsweg auch hinter mir. Ja, spannend. Vielleicht an der Stelle Frage an Tobi. Wie wichtig ist dir das auch, wenn du jetzt neue Leute ins Team holst oder wenn ihr neue Leute ins Team holt? So war das jetzt ein Ding, wo du sagst, okay, Max, wenn du hierbleiben willst, dann musst du aber dir jetzt auch mal diesen SAE-Schein holen? Oder ist dir das eigentlich egal? Nee, also ist mir jetzt im Ersten eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie mit demjenigen kann. Also man muss sich halt erst mal verstehen. Und der Arbeitswille und eben der Wille, das zu machen und das dann auch umzusetzen, ist eigentlich das, was für mich wichtig ist. Also der Schein ist für mich nicht wichtig. Ich finde es vollkommen cool, dass er das gemacht hat, weil es für ihn selbst wichtig war. Und dann soll man das auch machen. Wie gesagt, ich habe ja auch, ich habe zwar nicht den Bachelor gemacht, aber ich habe das Diplom gemacht. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, aber gebraucht hätte ich es bis heute theoretisch eigentlich nicht. Ja, das ist halt tatsächlich oft das, was man hört von Leuten, die irgendwie von der SAE kommen oder das hinter sich haben. Oder es gibt ja auch nicht nur die SAE. Aber dass das immer weniger wichtig wird irgendwie. Ich glaube, vor ein paar Jahren, vor einer Generation irgendwie war das noch entscheidender, weil du dieses Wissen nirgendwo anders herbekommen hast. Aber ich meine heutzutage in Zeiten von YouTube-Tutorials und so, da wird es ja immer weniger entscheidend, ob du jetzt wirklich diesen Schein halt eben in der Hand hast oder nicht. Und ich habe tatsächlich auch schon von Leuten gehört, da würde mich jetzt auch nochmal eure Meinung interessieren, dass sie es eher tatsächlich nicht geil finden, wenn Leute diesen Schein haben. Weil man halt, wenn man es jetzt böse sagen will, sich diesen Schein ja irgendwie erkaufen kann. Also ich glaube, wenn man einmal da drin ist und bereit ist, dieses Geld zu bezahlen, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, da durchzufallen. Jetzt als jemand gesagt, der es selber nicht gemacht hat. So habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Also ich persönlich noch nicht wirklich. Ich kann jetzt nur so aus aktuellen Erfahrungen natürlich sprechen und ich kriege das natürlich auch unter vielen Leuten, die an der SAE studieren oder studiert haben mit, dass da oder auch, ja, wenn sie sich bewerben und keine Ahnung, jetzt bei Radiosendern oder im TV oder keine Ahnung wo. Also es gibt inzwischen tatsächlich irgendwie sowas wie einen Ruf für Audios, die von der SAE kommen. Es gibt so zwei Lager, habe ich das Gefühl, die einen sagen, okay, ja, ey, cool. Die wissen mit der Technik umzugehen, die haben das gelernt und so, das ist cool. Die wissen, wie ein Signalfluss funktioniert von einem analogen Pult oder whatever. Die anderen sagen, ja, Junge, die tauchen überhaupt nichts. Also das ist immer unterschiedlich. Also es kommt halt auch voll drauf an, wie du selbst dein Studium da gestaltest. Das sagen die dir auch immer wieder an der SAE so. Die fühlen sich nicht in der Verantwortung. Lässt sich jetzt darüber streiten, ob das gerechtfertigt ist, die Aussage. Aber die fühlen sich halt nicht in der Verantwortung, dein Studium so dir jetzt Vollzeit zu gestalten. Sondern die sagen halt, ey, du zahlst hier das Geld, du kriegst hier das Equipment, du kriegst hier die Leute, du kriegst hier das Wissen. Und was du daraus machst, ist dir überlassen. Natürlich gibt es dann da auch Leute, die dann sagen, boah, ja, für das Geld und so, die müssen mir viel mehr bieten und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, im Endeffekt kommst du darauf an, was du daraus machst. Und ich muss auch sagen, ich habe ja angefangen 2020, also direkt schön in die Pandemie rein. Und ich hatte auch nur Online-Vorlesungen. Also jetzt bis zum Ende meines Bachelors hatte ich nur Online-Vorlesungen. Klar, ab und zu waren mal irgendwelche Events dann am Campus, wo dann dir irgendwas gezeigt wurde. Oder wir sind beim Live-Modul, also wo du so Live-Technik und FOH-Zeug und so lernst, sind wir auch mal in einen Club gegangen und durften das da alles testen und so. Das war schon cool. Aber sonst, also ich bin jetzt auch nicht mit ultra vielen Leuten von der Uni irgendwie noch connected, weil man die einfach nicht gesehen hat. Die hast du so online gesehen und das war es dann auch. Deswegen verstehe ich auch gerade in dem Aspekt voll viele Leute, die sagen, ey, so das Geld war es gar nicht wert, so da hätte ich mir auch einfach Tutorials auf YouTube reinziehen können. Weil im Endeffekt war es vom Feeling auch nichts anderes, weil du saßt die ganze Zeit vor deinem Laptop und hast irgendeinem Typie zugehört. Ähm, der jetzt dir irgendwas erzählt hat, so. Aber wirklich hands-on war es halt leider nicht so krass. Und deswegen verstehe ich da auf jeden Fall beide Lager. Natürlich echt schade, wenn man dann Geld in die Hand nimmt, irgendwo studieren möchte oder sich da, sich dann was rausgesucht hat. Ich habe auch von einem Kumpel gehört, der dann in, ja, sein Auslandssemester in Bratislava, meine ich, gemacht hat und das aber über Zoom im Endeffekt gemacht hat und zu Hause in Deutschland saß. Also dann ist es auch so, Mann, ey, dann hätte man sich die ganze Schose auch sparen können. Vor allem, weil eine der Sachen ist natürlich dieses Hands-on, du gehst ins große Studio, du lernst mit dem ganzen Equipment, was unverschämt viel Geld kostet, mal umzugehen, was natürlich alles richtig gutes Geld sind, aber das andere, was du natürlich auch brauchst, ist Menschen kennenlernen, Connections starten oder Connections pflegen. Und die lernst du eben in einem Uni-Bereich oder in so einem akademischen Bereich in der Mensa kennen, in der schäbigen Disco, die es noch nebenan gibt, wo das Bier viel zu günstig ist. Und wenn diese ganzen Faktoren irgendwie wegfallen, ist es natürlich nicht, ist es irgendwie nicht so die volle Experience so. Von daher, aber trotzdem, krass, dass du es durchgezogen hast. Sehr, sehr gut. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für deinen Bachelor. Und das nächste Mal kommst du hier, wenn du hier wieder zu Gast bist, dann hast du das Ding auch in der Tasche. Da sind wir uns sehr, sehr sicher. Richtig gut. Mit was für, du hast ja gesagt, du bist Drummer. Tobi, Max, mit was für Musik seid ihr überhaupt aufgewachsen? Was habt ihr so gedeckt? Wie habt ihr so euren ersten musikalischen Zugang gehabt? Und erzählt mal ein bisschen, wie da so euer Weg in die Musik ging. Soll ich mal anfangen, Max? Gerne, ja. Ja, also die Styles an Musik, die ich früher gehört habe, das hat sehr stark variiert. Ich weiß noch so, dass die erste CD, die ich mir damals gekauft habe, weil ich muss dazu sagen, ich bin sehr alt. Die erste CD, die ich mir damals gekauft habe, war so eine Best of 93. Da waren aber auch ein paar schöne Hits drauf, so Spin Doctors und Kram. Und war eine Zeit lang auch vom Geschmack eher so ein bisschen gitarrenlastiger. Und in dem Moment, wo ich dann aber tatsächlich angefangen habe, später mal mich mit Produktion und Radio und dem ganzen Kram zu beschäftigen, hat sich der Geschmack auch total gewandelt und wurde dann immer kommerzieller. Ja, und ich muss auch sagen, zum Beispiel dieses zum Urban-Bereich hin ist auch erst verstärkt aufgetreten, seit Max das Ganze hier mit eingeschleppt hat. Also natürlich war so eine gewisse Affinität vorher auch da, aber ich habe mich dann auch noch mal viel mehr mit der Szene beschäftigt, eben seit Max dazugekommen ist. Und das erste Mal in Berührung gekommen mit Musik. Also ich habe dann irgendwann mit fünf oder sechs angefangen, Klavier zu spielen. Und seitdem wusste ich immer, ich will irgendwas mit Musik machen. Aber was wusste ich halt eben noch nicht. Ja, spannend. Max, du hast dann quasi den Hip-Hop-Flavor mit reingebracht, oder wie sehe ich das? Ja, kann man so sagen. Also ich bin, also wo ich herkomme, ist eigentlich auch komplett Standard. Also auch Radiomucke. Ich bin noch nicht so alt wie Tobi. Und genau, also ich bin früher so, keine Ahnung, Bravo-Hits und sowas irgendwie dazu aufgewachsen. Ähm, da war ja dann irgendwie ab 2006 bis 2008 dann auch mal der ein oder andere Hip-Hop-Track drauf. Und, ähm, ich glaube so richtig mit Hip-Hop angefangen hat es dann irgendwie in der weiterführenden Schule, ähm, einfach durch den Austausch mit anderen Schülern so, ähm, dann irgendwie intensiver Hip-Hop gehört. Ähm, das waren dann irgendwie so die Anfangszeiten von, äh, ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt, äh, unbedingt als, äh, Hip-Hop bezeichnet, aber, keine Ahnung, dann war irgendwie Crow, ähm, komplett am Abgehen, ähm, mit, mit Easy und, und seinem Ray-Hop-Album und so. Das habe ich mir dann auch auf CD gekauft. Ähm, dadurch dann irgendwie so ein bisschen in das, in das ganze Deutsche auch reingekommen. Ähm, genau. Und, äh, das dann halt immer weiter gehört. Ich habe aber auch kreuz und quer alles gehört. Also, wie gesagt, früher dann irgendwie noch Tropical House produziert, dann ein bisschen. Und, ähm, wie gesagt, Hip-Hop, ganz normale Pop-Sachen, ähm, aber auch voll, voll rockige Sachen. Ich weiß noch, ich habe früher immer, ähm, als kleiner Junge mit meinem Dad, äh, komplett Linkin Park, äh, tot gefeiert. Geil. Ähm, da haben wir auch immer, äh, wilde Autofahrten gehabt. Und, ähm, genau, ja, also auch kreuz und quer, aber dann, äh, mit den Jahren immer mehr, immer mehr Hip-Hop, immer mehr Deutsch-Rap, ähm, Urban, Urban-Deutsch-sprachige Musik. Genau, und das habe ich dann halt so ein bisschen ins Studio mit reingebracht. Ähm, und, ja, also ich glaube auch die Bewerbungen, oder ich weiß nicht, habe ich mich wirklich überhaupt beworben für ein Praktikum? Ich glaube, ich habe einfach nur eine Mail geschrieben. Weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwie Beats drangehangen hatte oder so. Hatte ich? Ja, und genau, so ein paar Skizzen waren noch angehangen. Ja, und das waren bestimmt alles irgendwelche Trap-Beats oder so. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau, waren hauptsächlich Beats. Ich glaube, es war noch ein bisschen was Elektronisches dabei, so genau wie du gesagt hast, Tropical House, aber der Großteil waren Beats. Ja. Tobi, mich würde mal interessieren, jetzt, äh, wenn der, als der Max da mit dieser Urban-Komponente gekommen ist und mit, äh, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, moderneren Sound, äh, wie war das für dich? Und was konntest du vielleicht auch als, in Anführungsstrichen, alter Hase, äh, davon dann auch mitnehmen und davon lernen? Also, ich konnte einiges mitnehmen. Also, wie gesagt, es war ja nicht so, dass ich es vorher nicht gekannt hätte, bloß ich hab's dann eben wieder verstärkt gemacht. Also, wir haben's auch vorher immer wieder mal, äh, bei verschiedenen Produktionen auch schon, äh, gemacht, dass wir in die Richtung gegangen sind. Es wurde halt einfach, äh, deutlich mehr, seit Max da ist. Und, ähm, ja, der kam dann auch immer, hier hast du das gehört, das. Und, ähm, hat man sich eben gegenseitig immer wieder Sachen gezeigt. Und, äh, so hat jeder irgendwie immer vom Anderen was gelernt, egal, wer jetzt der Alte oder der Junge ist. Ja, ich find das cool. Also, ich finde, man hört das auch so eurem Sound an. Also, ich mein, wie ihr die Sachen platziert, so, wenn wir jetzt über Samples und Beats reden, die ihr ja auch viel online habt, so, ähm, und dann platziert ihr das ja alles in so eine Hip-Hop-Richtung irgendwie. Also, eure Beats, die richten sich ja schon sehr eindeutig an Rapper. Aber soundmäßig ist es das ja gar nicht alles so unbedingt. Also, wenn man diese Gitarrenmelodien hört, da kann man ja easy auch einen wunderschönen Popsong draus machen oder so. Genau. Wenn man das möchte. Und das ist ja eben genau das, was euch auch irgendwie ausmacht und besonders macht, so in meiner Wahrnehmung. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, dass die, ähm, Beats für Rapper heutzutage auch immer poppiger geworden sind. Also, ist das natürlich auch, äh, von Vorteil. Voll. Wenn ihr jetzt so spezifisch an den Ape-Tune-Sachen, äh, arbeitet, also die Sachen, die dann hinterher auch online landen, wie sieht da die Aufgabenverteilung aus? Also, ich hab, äh, Tobi auf der Gitarre, oder an der Gitarre sieht man ja auch relativ oft in, äh, auf den Social-Videos. Wie teilt ihr euch das auf? Also, wer produziert tatsächlich was? Willst du das? Oder soll ich, Max? Ja, ich kann auch gerne. Fang du mal an. Also, ähm, genau, also, man sieht's ja, oder man kann's ja unschwer erkennen, äh, auf TikTok ist, äh, Tobi, der der Gesicht zeigt. Ähm, genau, ich bin da eher so im, äh, im Hintergrund. Tobi ist auch einfach, das muss man auch dazu sagen, Tobi ist einfach ne Maschine. Der, äh, setzt sich halt ins Studio und macht am Tag, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sein Rekord war an Samples oder Beats am Tag, aber auf jeden Fall ne Menge. Ähm, ähm, und das, äh, der hat sich halt einfach seinen Workflow, ähm, irgendwie erarbeitet und, und rattert das Ding halt komplett durch und, äh, dafür feiere ich ihn, feiere ich ihn auch mega und das, äh, kann ich ihm auch einfach so nicht nachmachen, so. Ähm, dafür gehe ich, glaube ich, ein bisschen zu krass verfrickelt immer an meine, äh, an meine Musik ran. Ähm, genau, aber eigentlich, wie gesagt, das, das Social Media Ding ist Tobis Sache, ja, oder was heißt Tobis Sache, aber, äh, da ist Tobi auf jeden Fall, ähm, sehr stark drin und, ähm, macht das hauptsächlich. Ähm, genau, und ich mach, ähm, viel, äh, viel Sessions, also viel mit, äh, macht natürlich Tobi auch immer mit, ähm, aber ich mach auch, äh, viel Sessions einfach mit Künstlern, bin auch als Writer inzwischen ziemlich, ziemlich viel unterwegs, schreib auch viel für andere Leute, ähm, genau, also mein, mein Ding ist es eher so, in Sessions zu hocken und da, äh, mit den Künstlern kreativ zu wirken, natürlich auch Tobis Ding, das will ich jetzt hier gar nicht irgendwie, ähm, irgendwie gar nicht, äh, abstreiten, ähm, genau, also Tobi ist so das Hybrid-Monster und ich bin so das, 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 das eingleisige Ding. Nee, aber was du gerade gesagt hast, Max, und das ist halt das Geile, gerade bei Sessions, äh, wie gesagt, du produzierst auch, aber, du bist eben halt auch ein sehr, sehr guter Writer, das heißt, wenn wir Künstler hier haben für Sessions, können wir uns entweder mit dem Produzieren abwechseln oder dann kümmere ich mich, was weiß ich mal, mehr eben um die Produktion und er steigt direkt mit dem Künstler ins Writing ein, ähm, und, genau, so bist du einfach viel schneller und jeder findet immer irgendwie so seinen Platz, also, und es läuft auch eigentlich immer anders ab, also, es gibt auch Tracks, äh, da hab ich vielleicht irgendwie eine Idee und hock mich ans Klavier, spiel was, äh, dann wird das kurz recorded und, äh, zehn Minuten später hast du halt irgendwie schon einen geilen Beat draus gemacht und mal ist umgekehrt, also, so pauschal kann man das nicht wirklich sagen, aber es ist immer eine sehr geile Symbiose, so irgendwie aus allem. Ja, das ist natürlich der große Vorteil daran, dass ihr zu zweit seid, so, also, auch wenn man sich anguckt, was für ein Output ihr habt an allen Fronten, also sowohl irgendwie an Songs als auch an Samples als auch an TikTok-Videos, dann, äh, hab ich gesehen, man kann bei euch auch online tatsächlich noch Mixing, Mastering und so, so Dienstleistungen kaufen, ähm, das ist natürlich was, was man alleine irgendwie nicht schaffen würde. Wenn ihr jetzt an so einem Song sitzt oder, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas kommt tatsächlich raus oder irgendein Sample wird dann mal für einen größeren Song geplaced, so, schaut ihr dann von Projekt zu Projekt, wer hat jetzt hier was gemacht oder sagt ihr, okay, wir sind Ape-Tunes und alles, was wir machen, ist irgendwie 50-50-Deal, so? Letzteres, also, es ist eigentlich völlig egal, wer jetzt irgendwie, äh, ein paar Chords mehr oder an dem Song, äh, rumgeschraubt oder gemixt hat, wenn es hier aus dem Studio rausgeht, dann haben wir das gemacht, und dann gucken wir nicht drauf, äh, wer hat jetzt irgendwie mehr gemacht. Also, das ist einfach so ein Team-Ding. Genau. Wenn man, ähm, sich das Ganze jetzt so anguckt, also, ähm, den Social-Media-Auftritt und so, ich finde, alles wirkt so super strukturiert irgendwie. Ihr seid so an allen Stellen so super organisiert und, ja, hier sind unsere Beats und hier sind unsere Samples mit diesem Dropbox-Ordner, der immer weiter gefüllt wird. Ähm, war das irgendwie, also, von Anfang an in dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt zusammen dieses Ape-Tunes-Projekt, war das schon klar, okay, wir müssen das jetzt irgendwie auch als Online-Ding richtig professionell strukturieren und aufbauen, oder ist das so mit der Zeit gekommen? Ganz ehrlich, war es am Anfang überhaupt nicht. Also, das ist wirklich erst mit der Zeit gewachsen, weil wir haben auch auf TikTok immer wieder mal am Anfang total unregelmäßig mal irgendwelche Sachen ausprobiert, bis ich irgendwann mal gemerkt habe tatsächlich, dass so Gitarren-Samples ganz gut funktionieren könnten. Und dann sind irgendwann noch andere Samples dazugekommen und dann hatte ich eben, okay, ich brauche einen Ordner, weil, wenn ich jetzt heute was poste und es wird aber erst in der Woche gefunden, müssen es die Leute ja trotzdem finden, dann kam halt dieser Dropbox-Ordner. Irgendwann war halt auch im Store mehr und dann, irgendwann musst du halt anfangen zu strukturieren, aber das ist alles mit der Zeit gewachsen und dass ich quasi mich oder dass wir uns auch auf Instagram wieder so ein bisschen mehr gekümmert haben, kam auch erst, als wir gemerkt haben, okay, auf TikTok nimmt es jetzt so ein bisschen Fahrt auf und dann haben wir halt versucht, den Drive, den wir auf TikTok machen, so ein bisschen auf Instagram mit rüberzunehmen. Da funktioniert es jetzt vom Wachstum vielleicht nicht so krass wie auf TikTok, aber es lässt sich alles zusammen ganz gut unter einen Hut bringen und ich bin sehr froh, wenn das nach außen strukturiert wird und da bin ich sehr dankbar. Ja, alles richtig gemacht. Also ich finde, du sprichst es auch so ein bisschen runter. Ja, auf TikTok ist es dann ganz gut angelaufen. Ihr habt mit einem reinen Producer-Account habt ihr 240.000 Follower. Also das ist eine heftige, heftige Ansage. Fast zwei Millionen Likes auf eure ganzen Clips. Das ist schon wirklich stark. Aber auch da ist tatsächlich der Key einfach nur jeden Tag aufzutauchen. Und die Videos, die dann tatsächlich mal richtig gut funktioniert haben, die sind ja nichts anderes, als das, was wir schon die ganze Zeit täglich posten. Aber wie gesagt, ich bin total dankbar, dass das da so angenommen wird und dass das so funktioniert. Aber es ist im Prinzip, was wir da machen, ja kein Hexenwerk. Das machen viele andere auch. Nur wir haben es jetzt halt irgendwie mal durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eineinhalb oder zwei Jahre waren, ohne Pause jeden Tag halt ein Stück Content rauszuhauen. und irgendwann hat der Algorithmus es dann mal belohnt, dass mal das erste Video, keine Ahnung, hunderttausend Views gekriegt hat. Dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht und dann waren es mal dreihunderttausend, dann irgendwann mal sogar eine Million und eins dann irgendwann drei. Aber genau, im Prinzip, die Sachen, die funktioniert haben, waren trotzdem immer das Gleiche. Voll, voll. Ja, total. Ich finde das voll geil, weil ihr seid irgendwie so, oder du, Tobi, es scheint ja ein bisschen mehr dein Projekt zu sein. Ich finde, das ist der Blueprint für, wie man als Producer TikTok-Content machen kann, ohne dass es so corny wird. Weil das ist das, was ich oft von Leuten höre, wenn ich denen sage, hey, guck mal, auf TikTok ist voll die Opportunity. Ja, ich will aber nicht mit der Kamera reden und irgendwelche albernen Challenges machen oder so. Das macht ihr ja, aber ja alles nicht. Es ist immer nur Sample this oder who can rap on this beat und dann halt im Grunde, das bist du, der da sitzt und mit dem Kopf nickt. Es ist eigentlich, es ist schon öfter auch das gleiche Video, oder? Du machst nicht für jedes Sample ein neues Video. Es kommt drauf an. Also ich habe tatsächlich schon irgendwie, ich glaube so um die 500 Videos gemacht, aber irgendwann hast du natürlich das Glück, du machst ein Sample und merkst, okay, die BPM hatte das Sample schon mal, da kann ich im Prinzip das Video nehmen und einfach ein neues, das neue Sample audiotechnisch mal drunter machen. Aber ich versuche schon die Videos aktuell zu halten, ich habe dann das aber irgendwann einfach aus Effizienzgründen, dass ich einfach auf diesem Stuhl hier hinten in der Ecke, sieht man ihn ja, einfach quasi sitze und das immer das gleiche Setup ist und dann weiß ich, ich kann das Video in kürzester Zeit machen und kann viele Videos vorbereiten, damit ich eben konsistent die Sachen posten kann. Und am Anfang beziehungsweise bis heute, also mir macht es jetzt nicht so riesen Spaß in die Kamera zu reden, aber das war halt was, was sich irgendwann rauskristallisiert hat, Videos funktionieren besser, wenn die Leute ein Gesicht vor Augen haben und du zu ihnen sprichst und wenn es nur zwei Wörter sind wie Sample this, funktioniert es halt besser, als wenn ich mit der Kamera irgendwie meinen Bildschirm abfilme und da das Sample laufen lasse. Und ja, und so kam das Ganze dann irgendwann und jetzt hat es sich ganz gut eingeguckt. Du hast eine Sache, eine sehr, sehr gute Lektion gesagt, die mir auch nochmal ganz, ganz wichtig ist. Ich habe letztens einen Podcast mit Joe Biden gehört. Der hat ganz viel über Mental Health und so weiter gesprochen. War wirklich ein gutes Gespräch, können wir mal hier unten verlinken. Und er wurde auch gefragt, was wäre eine Lektion, die er seinen Kindern immer mitgegeben hat, die er einem Unbekannten mitgeben würde und das war einfach, sei da. Sei einfach jeden Tag da und versuch jeden Tag irgendwas zu machen und versuch immer wieder da zu sein. Also du kannst ja nur besser werden im Fußball spielen, wenn du bei jedem Training mit dabei bist. Und so ein bisschen ist das ja auch die Mentalität, die so, glaube ich, so ein TikTok-Algorithmus dann mit sich mitbringt. Natürlich sind da noch so Sachen wie Werbung und das und das und mach mehr Videos, damit wir nochmal monetarisieren können. Aber im Grunde ist es ja auch so eine Verpflichtung an dich selber. Wenn du dir selber sagst, ich möchte jetzt hier jeden Tag posten, dann bedeutet das, du willst jeden Tag einmal aufstehen, in den Spiegel gucken, wissen, ich bin jetzt da, ich mache jetzt das und ich gehe mit meiner Kunst, mit dem, was wir hier machen, an den Start und ich stehe dafür gerade. Und das kann man wirklich auf viele, viele Bereiche des Lebens beziehen. Von daher sehr, sehr gut. Macht das auf jeden Fall so weiter. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich würde ganz gerne nochmal zum Songwriting-Aspekt kommen, zu dir, Max. Wir sind nämlich auch letztens in den Instagram-DMs gefragt worden. Liebe Grüße an alle, die uns die DMs schreiben. Da wurde sich gewünscht, dass man ein bisschen mehr auf den Songwriting-Prozess eingegangen wird, weil, glaube ich, sehr, sehr viele Produzenten in der, sich ja nicht nur in der Rolle wiederfinden, Keys einzuspielen oder Gitarrenakkorde einzuspielen, sage ich einfach mal, sondern auch den Künstlern bei Worten, bei den Lyrics zu helfen. Max, wie sieht das bei dir aus? Hast du da gewisse Grundsätze? Wie gehst du da vor? Und nimm uns mal allgemein ein bisschen in den Prozess mit? Ganz verallgemeinern kann man das, glaube ich, nicht, diesen Prozess. Das ist immer wieder, hängt das ab vom Künstler, mit dem man arbeitet, vom Vibe, der jetzt irgendwie in der Session ist, auch von deinem irgendwie mentalen Zustand oder generell deinem Fitness-Zustand oder whatever, ob du jetzt gut geschlafen hast oder nicht. Das ist von Session zu Session einfach unterschiedlich. Generell kann man, glaube ich, einfach sagen, mir hilft das immer extrem. Ich habe da auch letzte Woche tatsächlich mit, oder diese Woche war das, mit einem Künstler lang drüber geredet. Also mir hilft das immer extrem, dass ich vor einer Session gar nicht direkt irgendwie loslege, mit den Leuten dann irgendwie jetzt zu schreiben oder jetzt direkt, man muss jetzt direkt kreativ sein, sondern mir hilft das extrem, dass ich erstmal eine halbe Stunde einfach mit denen quatsche. So, weißt du, dann lernst du die Person kennen, dann lernst du einfach, wie die Person tickt, was sie für Wünsche hat, vielleicht in Sessions, mit was für Toplines oder Wörtern du jetzt eine Person vielleicht am besten catchst, also in dem Fall jetzt den Künstler. Ja, und dann, wenn du dann in einer Session bist, wenn du da jetzt als Writer dabei bist, dann wird irgendwann, keine Ahnung, werden Chords eingespielt oder es wird sich ein Sample gepickt und so und dann fängst du einfach an, so ein bisschen über das Sample zu summen. Also es hilft natürlich, wenn man ein gewisses musikalisches Verständnis hat oder irgendwie ein gutes Gespür für Melodien hat, aber wenn man jetzt, glaube ich, Produzent ist, dann hat man das meistens irgendwie. Es ist ja auch egal, wie stark das ausgeprägt ist, dieses Gespür. Ich glaube, jeder von uns kann, wenn er irgendwie eine Melodie hört oder Chords hört oder so, dass ich irgendwie was drüber summe. Genau, und dann suchst du halt irgendwie nach einer coolen Melodie oder manchmal sagt der Künstler, ey, guck mal, ich habe hier das und das Thema, dann gehe ich auch gerne da dran, wenn er mir ein Thema sagt, dass ich mir in dem Thema überlege, okay, was gibt es da für Schlagwörter, was gibt es da für coole Hookwörter, also so quasi Aufhänger, weil, ey, also sind wir mal ehrlich, eine coole Hook, so meistens hast du irgendwie ein Wort, so heißt dann irgendwie dann auch der Song am Ende oder du hast einen kurzen Satz oder so, so heißt dann irgendwie der Song am Ende und wenn du das irgendwie cool in der Melodie verpackst und noch mit anderen Wörtern quasi in der Hook schmückst, dann hast du eine coole Hook, so, also weißt du, wenn du ein geiles Wort hast, wenn du ein passendes Wort hast für ein Thema oder wie gesagt einen kleinen Satz, dann hast du eine Hook, ey, also dann brauchst du eine geile Melodie und dann erzählst du noch so ein bisschen um das Wort herum und dann hast du einfach eine geile Hook und wenn du eine geile Hook hast, dann schreibt sich der Part eigentlich auch relativ easy, weil dann hast du das Thema und dann, ja, dann überlegt man sich einfach, okay, was passt zu dem Thema, was für Situationen passen zu dem Thema, gibt es irgendwas, was der Künstler vielleicht zu dem Thema schon erlebt hat oder was man selber schon erlebt hat, irgendwelche Gefühlswelten oder whatever, man kann auch komplett fiktiv irgendwie eine Story erzählen, so. Wie gesagt, der Prozess ist immer unterschiedlich und, ja, also manchmal fange ich einfach an mit einem Wort oder mit irgendeinem Szenario, manchmal mit Toplines, also mit der Melodie der Vocals, aber ja, das ist immer unterschiedlich. Ich glaube einfach, wie gesagt, es hilft einfach, wenn man den Menschen kennt oder, was heißt kennt, also nur weil ich jetzt eine halbe Stunde mit jemandem geredet habe, würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich den Menschen jetzt gut kenne, aber es hilft einfach, wenn man ein gewisses Gespür für den Gegenüber hat, wie der tickt, was er vielleicht mag, was er weniger mag, gerade wenn es dann irgendwie in einer Session um besonders sensible Songs geht, die den Künstler jetzt betreffen, da hilft es einfach, wenn du so ein bisschen ein Gespür hast dafür, was er jetzt hören will und was nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele Sessions auch einfach daran scheitern, weil die Leute sich einfach nicht austauschen, weil die nicht reden so, weil dann sagt der eine irgendwas, was dem anderen dann vielleicht völlig auf den Geist geht und dann ist die Kreativität halt dahin. Also wie gesagt, einfach vor der Session einfach ein bisschen quatschen, mal ein bisschen die Leute kennenlernen und dann, wenn es ein Vibe ist, das merkt man ja relativ schnell, wenn es ein Vibe ist, dann schreibt, also dann lässt sich auch viel, viel einfacher schreiben so. Und natürlich auch, wenn du mit einem Künstler arbeitest, den du jetzt irgendwie schon kanntest davor, dessen Musik du kanntest, dann hilft es halt natürlich auch einfach mal die Mucke von dem zu hören. Also jetzt so ganz unvorbereitet sollte man da auch nicht dann irgendwie reingehen, weil gerade wenn du dich dann intensiv mit der Musik oder gerade mit der Wortwahl und so von einem Künstler auseinandergesetzt hast, dann fällt es dir natürlich auch viel, viel einfacher, da irgendwie passende Worte zu finden oder einen passenden Text für ein Beat zu schreiben. Wie schwierig ist es da manchmal so Kompromisse einzugehen mit Artists? Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die so Bock haben, sich einen ganzen Song schreiben zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Leute, die dann irgendwie an jeder Zeile rumdiskutieren und glauben, es selber besser zu können oder vielleicht ja für den eigenen Sound es auch wirklich besser können. Wie gehst du da in die Kommunikation rein, dass irgendwie beide hinterher trotzdem noch als Freunde aus der Session rausgehen? Ähm, schwierige Frage. Also, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, jeder Künstler ist unterschiedlich und du musst halt auch immer irgendwie versuchen, dann damit umzugehen und wenn mir jetzt ein Künstler, ähm, ständig sagt in einer Session, ähm, nee, so will ich das nicht machen oder den Text möchte ich nicht und so, dann merke ich halt irgendwann, okay, das matcht vielleicht nicht so und dann war es wahrscheinlich auch einer der letzten Sessions, ähm, außer es ist irgendein Künstler, der mir jetzt so, aber selbst, also ich weiß nicht, selbst wenn der Künstler mir jetzt ultra viel bringen würde, ich weiß nicht, wenn es menschlich nicht passen würde, dann, keine Ahnung und ich glaube, wenn dir ein Künstler, also wenn du Writer bist und dir ein Künstler in der Session so oft sagt, nee, das ist scheiße, das ist scheiße, nee, mach mal nicht so, ähm, ich glaube, dann matcht es auch einfach nicht, also, man muss halt echt auf einer Wellenlänge sein und dann ist es auch echt easy, sich da Kritik, ähm, gegenseitig an, um die Köpfe zu, zu schleudern, so, ähm, also ich sitze auch in Sessions, wo ich dann den Künstlern ab und zu, oder dem Künstler dann ab und zu sage, ey, nee, Mann, ey, ehrlich nicht, das ist es wirklich nicht so, und wenn, wenn ich mit dem nicht in, wenn ich mit dem nicht auf einer Wellenlänge bin, ey, natürlich greife ich den damit an, so, deswegen, sowas kann ich ja dann auch nur sagen, wenn ich, wenn ich wirklich weiß, okay, der Vibe zwischen uns passt, so, ähm, ja, also, wie gesagt, das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, in Songwriting-Sessions alles, ähm, und manchmal schreibt man mehr, manchmal schreibt man weniger, ähm, manchmal muss man mehr Kompromisse eingehen, manchmal weniger, daran gewöhnt man sich irgendwann so, das ist einfach, so, der Prozess, und, ähm, ich meine, selbst wenn du nur in der Session dabei gesessen bist, so, mit den Leuten geredet hast, dann hast du trotzdem für ein Vibe gesorgt, ähm, also nur, weil du da jetzt irgendwie 30% weniger geschrieben hast, als beim letzten Song, heißt es ja nicht, dass du dann irgendwie versagt hast, oder so, oder dass du dir da jetzt Vorwürfe machen solltest, oder dass die andere Person denkt, du wärst ein scheiß Writer, so, ähm, also, das ist echt immer unterschiedlich, und, auch wenn man mit mehreren Writern in der Session ist, dann ist das natürlich auch immer noch schwieriger, weil dann hast du noch mehr Kreativköpfe, du hast noch mehr Ideen, das inspiriert einen natürlich unglaublich, so, weil du halt voll viele, Einflüsse hast, und, ähm, voll viel aufschnappen kannst, so, aber es ist halt manchmal auch sehr anstrengend, weil halt sehr, sehr viele Ideen so aufeinander clashen, und, äh, da dauert es dann auch immer ein bisschen länger, bis dann mal ein Text steht, ähm, aber es kann auch komplett das Gegenteil sein, also, wie gesagt, da gibt es auch keine Formel für, so, dass es einfach mit den Leuten klarkommen, sich reinhocken, einfach eine gute Zeit miteinander haben, und dann, ähm, ob du jetzt mehr oder weniger gemacht hast, scheißegal. Voll. Man hört, dass du da auf jeden Fall schon, schon eine Menge Erfahrung hast, ähm, wie, wie sieht da so euer Alltag in dem Studio aus, also, wie ausgebucht seid ihr jetzt so in einer durchschnittlichen Woche, wie viele Sessions finden bei euch statt? Das, das ist komplett unterschiedlich, weil wir eben auch so, so viele Sachen machen, es gibt Wochen, da ist dann, äh, vielleicht auch einfach für das, äh, ich sag mal, Radio-Business, äh, einfach schon viel Zeit geblockt, dass dann vielleicht auch einfach mal gar keine Session mit Künstlern vor Ort ist, wo dann einfach vielleicht schon mal Sessions vorbereitet werden, zwischendrin, oder irgendwie Samples gemacht werden, ähm, ansonsten, also, so richtig sagen, äh, jede Woche so und so viel kann man nicht, das variiert, manchmal sind es zwei, drei Sessions die Woche, manchmal ist es gar keine, ähm, demnächst haben wir hier wieder, äh, machen wir hier eine ganze Songwriting Week, wo die ganze Woche viel los sein wird, und, ähm, ja, also das ist total unterschiedlich, beziehungsweise mit manchen Künstlern, ähm, ist die Session dann auch gar nicht wirklich hier vor Ort, sondern, äh, mit einem Künstler, mit dem wir sehr viel machen, äh, Grüße an Days, ähm, der, der sitzt halt in Hamburg und kann halt nicht für jede Session rumkommen, und dann schalten wir uns halt über, äh, Muse zusammen. Wie heißt das Muse? Wie schreibt man das? M-U-S-E einfach? Wie die Muse? M-U-S-E. Genau, wie die Muse, ähm, und da ist es dann meistens so, dass, wenn wir uns zusammenschalten, äh, ich quasi Beat, oder wir zusammen Beat schrauben und, und Days, ähm, Input gibt, wie er sich noch irgendwie was am Beat vorstellt, und dann kriegt er eben am Ende der Session, schicken wir ihm den Beat, und er ist selbst halt ein ultra krasser Vocal Producer, ähm, der sich halt selbst aufnehmen kann, und dann kriegst du den absoluten Luxus, du kriegst nämlich schon die getunten und gekleenten Vocals wieder zugeschickt, und dann, äh, schalten wir uns wieder über Muse für den Feinschliff vom Mix zusammen, und, ähm, wie gesagt, das kommt auch eben oft vor, und, ähm, ja, also es gibt eigentlich alle Modelle, ich mag eigentlich alle total gern, also ich, ich genieße das sehr, wenn die Künstler hier sind, und wir einfach direkt uns hier einschließen, und, äh, from scratch irgendwie an einem Song rum viben, aber ich mag es auch ab und zu ganz gern, mich allein einzuschließen, und an einer Idee zu arbeiten, bevor ich es da jemandem rausschicke, ähm, ja, kommt alles vor. Wie, wie läuft da die Zusammenarbeit mit Muse ab? Wie hast du das gefunden? Äh, ich glaube, das Problem haben nämlich viele Leute, gerade auch in Zeiten des Internets, dass sie mit vielen Leuten zusammenarbeiten wollen, die dann aber doch ein bisschen mehr als 10 Kilometer von sich entfernt sind. Wie bist du darauf gestoßen, und, äh, wie ist das Ganze aufgebaut? Ich höre gerade auch davon zum ersten Mal. Okay, äh, habe ich tatsächlich über TikTok irgendwann mal entdeckt, äh, kann man sich kostenlos runterladen, äh, unter muse-sessions.co, und ist im Prinzip, so ein bisschen wie Zoom, aber auf Kollaboration ausgelegt. Also, du kannst halt auch eine externe Kamera anschließen, du kannst deinen Desktop oder deinen Monitor freigeben, kannst dein DAW-Audio direkt freigeben über ein mitgeliefertes Plugin, das sich automatisch bei dir installiert, wenn du das runterlädst, packst du einfach hinten als letztes Plugin in deiner, ähm, auf deinem Stereo-Out drauf, und dann leitet der quasi das DAW-Signal direkt in die Muse-App rüber, und du kannst auch sogar deinen, äh, MIDI freigeben. Das heißt, wenn ihr beide eine Session offen habt, und ihr habt beide die MIDI-Keywords freigegeben, kann er theoretisch auf seinem MIDI-Keyword in meinem Logic, äh, Instrumente spielen, wenn er lustig ist. Ach, krass. Und, ähm, es gibt auch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert, du kannst theoretisch auch Vocals aufnehmen, da gibt es so, äh, auch nochmal ein, äh, ein Plugin, der so mitgeliefert haben, nennt sich irgendwie Muse Recording, aber wie latenzfrei das ist, konnte ich leider noch nicht testen. Das, äh, das will ich unbedingt mal noch schauen, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass das ein bisschen, äh, schwieriger wird, weil manchmal das MIDI schon so ein bisschen Latenz hat. Also, es ist nicht hundertprozentig alles immer geil, aber es ist auf jeden Fall eine Lösung eben, wenn du mit Leuten arbeitest, die extrem weit weg sitzen und halt nicht direkt ins Studio kommen können. Du kannst dich trotzdem austauschen, du kannst, äh, Mix-Reviews machen, weil, also, die Audio-Qualität ist super. Das, äh, klang jetzt ein bisschen nach Sponsort-Nachricht auf jeden Fall. Wir sind nicht Sponsort bei Muse. Aber ne, voll cool. Ich finde das, ähm, also, ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen die Zukunft von Sessions ist. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, diese Multiplayer-DAW gesehen habt, die jetzt rausgekommen ist. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ich hab das auch nur auf TikTok gesehen. Das ist halt so eine DAW, ähm, die arbeitet, glaube ich, dann im Browser und du kannst halt mit zwei Leuten am gleichen Projekt, ähm, tatsächlich rumschrauben, quasi zeitgleich. Ist das so ein bisschen wie der Soundtrap, oder was? Ja, aber besser. Also, vor allen Dingen kannst du halt, äh, normale VST-Plugins auch nutzen. Das geht ja bei Soundtrap nicht. Ah, geil. Das ist ja alles nur so ein bisschen mehr presetig irgendwie. Und du, also, die haben halt so eine Demo, äh, dann gezeigt auf TikTok, wo halt zwei Leute gleichzeitig in Serum so ein Zünd designt haben irgendwie und halt an verschiedenen Knöpfen parallel schrauben konnten. Ich glaube, das wird immer mehr, ne? Also, ich meine, so, Homeoffice wird immer klassischer und warum sollte die Musikindustrie da die Ausnahme sein, ne? Wenn man irgendwie kann, warum dann nicht? Das ist ja super spannend, gell? Definitiv. Voll. Ähm, jetzt hast du's gerade selber nochmal gesagt. Ich will so ein bisschen dahinter kommen. Ich weiß nicht, wie viel du tatsächlich darüber sagen kannst, Tobi. Ähm, aber dieses ganze Media-Apes-Konstrukt, wie stelle ich mir das vor? Also, ihr seid ja ein Team von ein paar Leuten. Wie viele seid ihr? Also, genau, wir sind zwei Gesellschafter, beziehungsweise Geschäftsführer. Ähm, dann haben wir den Nugin, der aber jetzt auch, äh, in die Geschäftsführung mit reingeht. Und den Max, das ist so das feste Kernteam. Und, ähm, wir haben auch immer wieder studentische Praktikanten. Und wenn wir für Projekte mehr Leute brauchen, dann beziehen wir eben auch Freelancer mit ein. Und, äh, genau. Also, die, die Mutterfirma ist eben die Media-Apes GmbH. Und, äh, von da gibt's dann eben verschiedene Subbrands, ähm, die halt verschiedene Sachen machen. Und, äh, genau. Ja, ähm, ja, wo ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen wollte, ist das, ähm, Royal Apes, die Royal Apes-Geschichte. Das ist ja, ähm, eure Publishing-Firma quasi, die, ähm, so ein bisschen als Tochter von BMI funktioniert, oder mit BMI zusammen? Nee, ähm, nee, ähm, nee, also im Prinzip, das, das war halt, ähm, so in die Richtung war das gedacht, aber im Prinzip der, unser Verlag ist namentlich auch Media-Apes GmbH, äh, weil, äh, das jetzt schwierig wäre, das nachträglich nochmal, weil das eben bei uns auch in, ähm, der Satzung von der Firma eben unter dem Namen mit drin war. Aber, genau, wir waren, äh, sind das jetzt nicht mehr, aber wir waren fünf Jahre lang eben Co-Verlag mit BMG. Und, ähm, genau. Wie funktioniert sowas? Also man hört das ja schon mal öfter, ähm, dass irgendwie Leute sich mit BMG verpartnern und da dann eigene Sachen machen. Ähm, ich rede jetzt aber gerade das erste Mal selbst mit jemandem, der es getan hat. Wie stelle ich mir das vor? Also, anders gefragt, was ist der Vorteil, mit BMG zusammenzuarbeiten, im Vergleich dazu, das einfach komplett im Alleingang zu machen? Also generell, ob das jetzt BMG oder ein anderer großer Verlag ist, ist eigentlich, äh, relativ egal. Ähm, ich meine, grundsätzlich ist es ja für Künstler, Produzenten, wie auch immer, immer, äh, auch eine schöne Sache, einen Verlagstil zu haben, wenn die Konditionen schön sind, weil du dann eben auch vielleicht an Sachen rankommst, wo du so nicht rankämst. Und in unserem Fall war es so, dass wir eben selbst schon ein Verlag waren. Und dann war die Überlegung, entweder könnte man eine Edition gründen, aber da wir schon ein Verlag waren, war dann eben die Co-Verlags-Geschichte die einfach sinnigste in dem Fall. Und, äh, dann haben wir uns eben mit BMG da zusammengetan. Und im Prinzip, wenn du dann ein Künstler seinst, in deinen Verlag, dann teilt sich quasi BMG, also in unserem Fall waren es dann eben BMG, und wir, die Verlagsanteile bei diesem Künstlern 50-50. Und, ähm, du kannst eben mit großen Leuten wie BMG halt auch an anderen Pitchs, etc. teilnehmen, als wenn du jetzt als kleiner Verlag bei null anfängst. Ich verstehe. Okay. Ja, das klingt ja noch mal supergeilen Opportunity, dann für die Künstler vielleicht auch ohne direkt den Riesen-Publishing-Deal beim Riesenverlag zu unterschreiben und trotzdem die Vorteile davon zu haben. So ein bisschen in der Art. Ja, genau. Wenn wir jetzt so dieses ganze Media-Apes-Konstrukt uns angucken, kannst du so ungefähr sagen, mit was, wie viel Umsatz gemacht wird? Also vielleicht so anteilig jetzt in dem, womit ihr euch so beschäftigt? Also ich meine, ihr lebt alle davon, das heißt, es muss einiges an Umsatz da auf jeden Fall passieren. Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, das ist so jetzt finanziell der Fokus von der ganzen Das sind wirklich total unterschiedliche Bereiche. Also ein wirklich großer Bereich ist 3D-Audio. Da haben wir jetzt noch nicht ganz so viel drüber gesprochen, weil wir eben ein 3D-Audio-System haben, das ist zusammen mit Fraunhofer entwickelt und das ist eben in verschiedensten Venues und Studios in verschiedensten Ländern installiert, das wir eben auch vertreiben, was auch einen großen Teil ausmacht. Genau, wir waren damit jetzt auch gerade im März wieder in Austin auf der South by Southwest, das ist so eine große Messe, so eine Mischung aus Musik, Festival, Filmfestival, Interactive und Gaming-Messe. Das kenne ich auf jeden Fall. Da sehe ich immer Norton Artwar herumlaufen mit seinem Mikrofon, wieder immer Lil Uzi Vert und sonst wen interviewt und so. Also wenn du den dort sehen solltest, dann grüß den mal bitte ganz lieb von mir. Alles klar, mache ich. Genau, das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Teil, auch ganz viel eben die Content-Produktion für 3D eben auf unserem System, aber wir können natürlich auch die üblichen Formate in 3D bedienen, wie zum Beispiel Dolby Atmos, was ja auch immer wichtiger wird, auch jetzt in der Musik, wenn du anguckst mit Apple Music, ich glaube Amazon und Tidal bieten es auch an, dass wir eben den Künstlern nicht nur ihre Stereo-Produktion anbieten, sondern wir können für unsere Kunden halt auch die Dolby Atmos Mixer machen. Das sind große Bereiche, der vorhin angesprochene Radiobereich ist echt groß, weil da gibt es halt auch viel Bedarf, so Trailer-Produktionen, Jingle-Pakete sind eine sehr schöne Sache, weil da hast du zum einen eben die Produktion, die sowieso Spaß macht, du kriegst aber auch ganz gut GEMA dafür und die Sachen sind gut bezahlt, also so Sachen machen auch echt Spaß, machen auch einen wichtigen Teil aus. Sebastian und Nugin dozieren auch an verschiedenen Hochschulen, also was habe ich noch alles vergessen, Max, hilf mir mal. Natürlich die Musikproduktion, hast du da auch Ja, selbstverständlich. Ja, die haben wir ja die ganze Zeit schon oder selbstverständlich. Genau, die haben wir die ganze Zeit schon. Ich weiß gar nicht, also was hast du gesagt? Wir haben das 3D-Audio-Thema, wir haben Radio, Mixmaster, Radio, Mixmastering, Radio, die Brüllaffen habe ich noch gesehen bei euch. Ja, das ist auch so in die Werbe- und Radio-Geschichte rein eben, da wir über die Jahre dann ein recht großes Sprecher-Netzwerk aufgebaut haben, da wir halt auch für viele Werbekunden produziert haben, kam es dazu, genau. Und ja, aber genau, wie Max vorhin gesagt, Musikproduktion ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, zum einen eben mit Künstlern, aber eben auch für Brands. das ist sehr, sehr wichtig und ja, sonst jetzt auch wieder was wir jetzt auch wieder ein bisschen forcieren wollen, ist das vorher angesprochene Verlagsthema, das wollen wir jetzt auch wieder ein bisschen forcieren. Da kommt dann auch in naher Zukunft auf jeden Fall auch wieder mehr. also es ist immer ein Haufen zu tun und es gibt auf jeden Fall sehr viele Sparten, in denen wir uns hier irgendwie rumtreiben. Ja, auf jeden Fall, da seid ihr wirklich divers aufgestellt. Was mich auch noch mal interessieren würde, ist, jetzt habe ich bei euch ja noch Religion Records gefunden. Wie kam es überhaupt dazu? Das sieht man jetzt wahrscheinlich auch bei solchen Firmen nicht so mega häufig, dass da auch noch Religion eine große Rolle spielt. Wie kam es dazu und wie kam es dann auch dazu, den Schritt zu gehen und das Ganze auch noch mal auszugliedern? Das ist tatsächlich auch so eine, ich nenne es jetzt mal Herzensangelegenheit von meinem Kollegen Sebastian, der das damals auch noch mit ausgegründet hat. Und da ist das Ganze, da geht es auch nicht in dem Sinn klassisch um religiöse Musik, sondern ihm ging es eigentlich mehr oder weniger um so einen interkulturellen Austausch. Also auch völlig egal, also es Hauptsache du hast eine Musik, die was transportiert, die einen Austausch schafft und wie gesagt, es geht nicht um christliche Musik oder sondern ich glaube der Name war dann auch eher gewählt, weil sich viele sofort dran aufhängen und der Name daher so ein bisschen im Kopf bleibt, sondern es ging nicht um die Religion an sich, weil zum Beispiel über das Label haben wir dann auch eine Veröffentlichung mit einer hawaiianischen Künstlerin gemacht, das Album ist auch sehr, ja, so ein bisschen spirituell, es geht eben auch um die Verbundenheit mit dem Heiligen Berg und am besten einfach mal anhören, aber das ist jetzt mal so ganz grob umrisen, was das Ganze mit Religion Records zu tun hat, genau. Und sie war für einen hawaiianischen Grammy nominiert, oder? Oder hat sie ihn gewonnen? Ah ja. Also es war auf jeden Fall Nominierung stand im Raum. Die hawaiianischen Grammys, okay, auch verrückt, wo man aus Mannheim überall hinkommen kann, auf jeden Fall. Ja Max, du hast es jetzt gerade schon gesagt, so ihr habt auf jeden Fall genug zu tun. Wie zur Hölle kriegt ihr das alles unter einen Deckel? Also wenn man sich das anschaut, dann sieht das aus nach Arbeit für ein 30-köpfiges Unternehmen oder so. Der harte Kern ist jetzt bei euch zu viert, so macht ihr einfach die ganze Zeit Nachtschichten, oder wie schafft ihr es, diese ganzen Sachen alle abzuarbeiten? Nee, also Nachtschichten kommen eigentlich tatsächlich meistens nur vor, wenn man irgendwo unterwegs ist oder wenn man in Sessions sitzt. Also die Radiothemen zum Beispiel, das sind jetzt nicht unbedingt Aufgaben, die man nachts übernimmt. Ja, aber also eigentlich ist es, es klingt erstmal sehr, sehr viel. Es ist auch auf jeden Fall eine große Anzahl an Gebieten, die wir quasi abdecken. Aber wir teilen es uns halt einfach immer so auf, dass das alles irgendwie vorwärts geht und dass man da jetzt nicht irgendwas dann links liegen lässt. Genau, dafür haben wir eigentlich auch immer regelmäßigen Abständen Meetings, wo wir uns dann einfach zusammenschalten und wo wir sagen, okay, das muss jetzt wieder ein bisschen mehr forciert werden oder das muss jetzt wieder mehr irgendwie passieren und so ergänzen wir uns glaube ich einfach ganz gut und achten gegenseitig einfach drauf, dass da wie gesagt einfach von diesen ganzen Themen jetzt nichts vernachlässigt wird, sondern dass da immer mal wieder die Prioritäten auf einen anderen Aufgabenbereich fallen und so läuft das dann einfach vor sich hin. genau, es ist einfach wichtig, dass man sich da gut strukturiert und plant, weil auch wie gesagt so Radiogeschichten und 3D-Content, du kannst relativ gut planen, bis wann brauchst du was und dann musst du dir einfach, wie Max gesagt hast, sich in Meetings kurz überlegen, wann brauche ich was und dann strukturierst du das durch und dann wird das abgearbeitet und ja gut, sind wir mal ehrlich, in unserem Job machst du wahrscheinlich generell schon ein bisschen mehr, als wenn du irgendwo angestellt bist, aber da sind wir ja alle ganz froh drum, dass wir das machen können und dann macht es auch nichts aus, wenn der Tag eben mal vielleicht einen Ticken länger wird, aber wenn man es gut durchstrukturiert, geht das auch ohne Nachtschichten. Ja, sehr cool. Ich finde das eine super spannende Perspektive, das ist für mich auch ein bisschen die Quintessenz von den meisten Podcastgesprächen, die wir führen, wie viel mehr man noch machen kann. Also ich glaube, viele Leute, die uns jetzt hier auch zuhören oder die gerade so anfangen zu produzieren, da wird es immer beschränkt auf dieses, ja, okay, du machst halt irgendwie Samples und wenn du Glück hast, platzierst du bei dem und dem Rapper und wenn nicht, dann halt nicht und aber eben zu sehen, dass er halt auch, so wie er es jetzt macht, strategisch sagen kann, okay, wir wollen jetzt irgendwie in den Radiomarkt noch rein und jetzt kommt 3D-Audio auf, dann schauen wir mal, dass wir uns da auch noch ein paar Kunden irgendwie an Land ziehen. Das sind ja so Gedanken, die machen sich glaube ich viele nicht oder dann erst später, wenn es in so eine professionelle Richtung geht, also ich glaube, da können die Leute super, super viel schon mal von lernen. Habt ihr davon abgesehen noch einen Tipp oder einen Hinweis oder eine Lebensweisheit für Leute, die jetzt hier vielleicht zuhören und sich als Produzenten selbstständig fühlen? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, muss halt deutlich mehr machen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, zumindest auch am Anfang, als wenn du jetzt irgendwie in, sagen wir es mal, einen Bürojob oder was auch immer geht und du musst halt immer up to date bleiben und genau, natürlich wollen alle am liebsten, was weiß ich, Beats machen oder nur mit Künstlern arbeiten, davon leben oder andere wollen am liebsten nur Samples machen und es, natürlich gibt es auch Leute, bei denen das funktioniert und für die freut mich das total, aber es ist halt in vielen Fällen was, womit du am Anfang nicht wirklich planen kannst. Und in dem Fall sollte man sich am Anfang möglichst so aufstellen, dass man verschiedene Gebiete ab, natürlich kann man nicht alles abbilden, aber so viel wie möglich abbilden, um irgendwie Fuß fassen zu können, das wäre so meine Einschätzung. so ein kleiner Tipp, die Leute sollen einfach offen sein, also seid einfach offen für Neues, redet mit den Leuten, connectet euch gegenseitig, weil ich hätte jetzt auch vor vier Jahren, als ich hier das Praktikum gemacht habe, davor hätte ich mir auch niemals ausgemalt, dass ich irgendwie mal Radioarbeit mache oder so, ich dachte auch immer, boah, es gibt nur Musikproduktionen und es gibt nur Beats machen und Samples und hier irgendwie mit Rappern arbeiten oder so, das ist nicht der Fall, deswegen seid einfach offen und quatscht mit den Leuten, also egal mit wem man redet, ihr werdet immer so lernen von anderen Leuten, egal in welcher Hinsicht, das habe ich hier, das habe ich mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie, wenn ich unterwegs bin, ob das jetzt Berlin, Mannheim, whatever ist, egal mit welchen Leuten ich rede, ich lerne immer was von denen und nur wenn man lernt, kann man sich auch weiterentwickeln und wenn man genug von Leuten gelernt hat, dann kann man es halt irgendwann nice umsetzen und dann wird dir der Erfolg dann irgendwann auch schon Recht geben. Absolut, ja, du bist auch einfach ein geiles Beispiel dafür, finde ich, also du jetzt in deinen relativ jungen Jahren schon irgendwie bevor du überhaupt an der SAE angefangen hast, warst du ja quasi schon Vollzeitproduzent und das halt auf eine Art und Weise, die sich die meisten gar nicht vorstellen können, auf die die meisten gar nicht kommen und das ist halt auch einfach mal ein spannender Ansatz, weil, also ich kenne halt eben auch so viele Leute, über die Jahre, man lernt immer wieder neue Leute kennen, die kommen voll motiviert irgendwie aus diesem Studium raus oder sagen, ja, ich ziehe jetzt richtig mit Typebeats auf YouTube endlich durch und dann machen die das ein Jahr und dann haben sie vielleicht 30 Euro verdient in dem Jahr und dann hören sie wieder auf und du bist natürlich jetzt in einer geilen Position, wo du schon davon leben kannst in der Position, in der du jetzt bist und das gibt dir natürlich auch erst recht die Möglichkeit jetzt irgendwie über Songwriting Sessions oder so auch Leute zu entdecken und vielleicht auch mal Zeit in einen Künstler zu investieren, der dir jetzt noch keine Kohle macht, der aber vielleicht ablauen könnte, weil du an ihn glaubst oder so und das ist halt einfach, also ich finde, du können sich viele eine Scheibe abschneiden auf jeden Fall von dem, was du hier machst. Dankeschön. Ja, aber das ist so das Ding, also meine Eltern haben ja auch immer gesagt oder werfen mir das glaube ich immer noch vor, ich würde zu viel auf eine Karte setzen oder ich fahr zu eingleisig, aber das ist halt so das Ding, du musst halt irgendwie, wenn du jetzt am Anfang von Mucke noch nicht jetzt dir deinen Unterhalt leisten kannst, dann guck halt, dass du noch irgendwie einen Minijob machst oder so, dass du irgendwie ein bisschen Kronentrauschen hast, ich meine, wir sind alle jungen und manche haben irgendwie noch den Vorteil, die leben zu Hause oder keine Ahnung, selbst wenn du nicht mehr zu Hause lebst, guck halt, dass du irgendwie deine Fixkosten irgendwie reinkriegst und dann hast du halt auch die Sicherheit, dass du einfach kreativ dich ausleben kannst und nur wenn du dich kreativ ausleben kannst und relativ unbeschwert irgendwie leben kannst, dann kommt halt auch was Geiles bei rum so und ja, das habe ich mir halt irgendwie zum Ziel gesetzt und ja, läuft ganz gut bis jetzt. Das sind auf jeden Fall schöne Schlussworte, vielen, vielen Dank für eure Zeit, wir verlinken euch alles von den beiden Jungs in den Shownotes, guckt auf TikTok auf jeden Fall rein, Instagram, YouTube, Spotify, was müssen wir noch dringend placken von euch, die Website natürlich, BeatStars, ganz, ganz wichtig, alles, alles, die Jungs sind tatsächlich überall, es ist wirklich unglaublich. Ich gebe euch einfach den Linktree, wenn ihr wollt. Ja, so, genau, guckt da rein, es ist tatsächlich alles mögliche los bei den Jungs, ich bin sehr gespannt, was da auch die nächsten Monate und Jahre noch passiert. Vielen Dank für eure Zeit, tschau, tschau. Wir haben zu danken, danke. Danke, dass wir da sein durften. Bye, bye.